Dieser Ford Transit Sustum steht hier zum Verkauf. Der weiße Van ist fünftürig, bietet Platz für 9 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Filsofix, Kindersitzbefestigung, Partygefilter, Tempomat, Startstopp-Automatik und vieles mehr. Das Schaltgetriebe des Diesel überträgt eine Leistung von 125 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 28.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohaus Ködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Lager Bester Lager Untertitelung des ZDF, 2020